Hallo, ich bin's wieder, euer Toode, jetzt ein neues Video. Wir spielen Slider.io. Viel Spaß. Als ich vorhin gezockt hab, leider ohne Aufnahme, da war ich zweiter Platz in der Weltrangliste. Könnt ihr euch mal anschauen. Ein paar Screenshots hab ich gemacht, aber leider nix aufgenommen. Aber richtig geil. Und dann bin ich gestorben durch so ein Windows-Sling, wie ich gerade einer bin. Das war dann schon ziemlich doof. Das war dann schon. Das war dann schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.